Hier ist attraktiv, das DAU-Magazin. Also ich war ja heute bei meinem Wimpern-Pilates. Du hast mir geraten, meine Wimpern ein bisschen mehr in Form zu bringen. Da habe ich mir aber beim Workout, da habe ich mich so verklimpert mit meinen Wimpern. Wapsi, ich finde auch, das macht gleich ein fröhliches Gesicht. Das kann man so nicht sagen, aber es ist einfach nicht dasselbe. Das ist, also mein Mann ist weg, die Kinder sind aus dem Haus und also mein Vater habe ich nie kennengelernt. Wo bewarst du denn den Schmuck auf? Du hast bestimmt sehr viel davon. Ja, ich habe da drüben in dem Westflügel, da sind so zwei Zimmer, da ist halt alles drin. Der Bizeps. Ein zum Arm gehörender Muskel, der an einem Ende in zwei Teile ausläuft. Bye!